So, hi Leute und willkommen zurück zum Let's Play AF-0X. Nun haben wir den letzten Part mit Dr. Clash angefangen. Und er hat so viele besondere Fähigkeiten, dass Fußball gesehen haben. 3, 2, 1. Und zwar jetzt. Das war jetzt genau sowas. Jawohl, 2 auf einmal zerstört. Das war eine kleine Kettenreaktion. Yuga Ono. Ah, schade. Weil ich hätte gern von ihm Bus gebraucht. Oh, das war jetzt schwach. Gut, dass es noch auf Norweiss ist, weil sonst hätte ich jetzt keine Chance gehabt. Oh, war lieber ins Ziel. Also wie gesagt, reine Übungssache und zum anderen war es, dies war doch echt schlecht gefahren. Also da hatte ich auch sowas zu fahren. Auch wenn es nur geradig ist. 3, 2, 1. Also der Puppe kriegt schon was. Das war jetzt. Ja, das war jetzt. Ne, das habe ich echt nicht gegriffen. Aber die Gefahr ist einfach groß, dass man wegen Wandbreit und so. Ja, das war so ein Wettbewerb. Das ist ganz klar diese Einstellung. Ich finde schon geil sowas, aber nicht immer. Das macht mir schon den Boost ein bisschen kaputt. Aber mit seinem Körper kann er richtig gut standhalten. Ich weiß nicht, wie es dann auf Master Schwierigkeiten aussehen wird. Ich weiß nicht, wie es dann geht. Ich weiß nicht, wie es dann geht. Es sieht zwar irgendwie komisch aus, aber wie soll es sonst gehen? Besser so als anders. Das dauert ja fast jede Strecke zwei Minuten. Ja und? Hardsache ich kein Gewinn. Ich weiß nicht, wie es dann geht. Seht ihr, wie es schon auf Platz neu gelandet? Jawohl, ich habe den Rival rausgeworfen. Juga Boost Power! Oh je, die Konkurrenten. Die wollen mir tatsächlich das Leben schwer machen. Verdammt! Juga Boost Power! Juga Boost Power! Juga Boost Power! Aber ihr seht schon, wie viel Spaß in mir steckt. Juga Boost Power! Juga Boost Power! Das sieht von Leistung her nicht souverän aus, aber ich bin trotzdem zufrieden. So, Spiderman! So, Spiderman! So, Spiderman! So, so, kann Spiderman gehen! 3, 2, 1... Go! 3, 2, 1... Unter diesen Kurven hat er schon Vorteile. You have boost power! Oh! Daaah! So, final lap! ... ... ... ... ... ... ... Also ich würde glaube alle Parts von Dieb-Daumen hoch geben, ... es einfach brillant ist weil es auch was ganz besonderes ist in diesem net play das heilt leider erst ab 161 wir haben jetzt auf die facebook machen weil ich jetzt wieder so eingestellt haben wie die anderen ja gut hier ist auch nicht ganz groß zu verlieren ja so wie ich diese kurve zum beispiel hätte ich da doch die schwindigkeit ausruhen können aber da war keine schlechte figur das klappt nicht ja aber es passiert mal auch wenn er eine lahme ente ist wenn ich mit den anderen einstellungen unterwegs wäre dann wäre ich bestimmt deutlich weiter entfernt entfernt seht ihr hat keinerlei problem mit den kurven und der schwankt auch nicht so schnell ja 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 gut das ende hätte ich besser gestalten können ja ja das habe ich jetzt nicht weggesehen aber trotzdem noch eine gute zeit ja 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 dadurch kann ich ja auch jetzt weniger fehlen aber da wird jetzt nicht so vorlaut sein weil auch mit ihm kann vieles passieren wenn man den kurven falsch annimmt oder zu viel an der bande ist dann hat man eher schräg ein problem ja gut sechs sterben ja das ist einfach was ganz anderes aber ich hoffe euch hat diesen Part gefallen oh da bin ich mal gespannt wie es dann in King Cup aussehen wird weil das müsst ihr echt angucken weil bei Seite 2 da wird er richtig abgehen also nicht verpassen Leute Ciao